er ist der beste freund des menschen ich liebe und ich vergötter ohne hunde sie tollsten tiere der welt und er auch das denn so wird weiß er nicht dass er so muss er versteht uns was ist der flirt faktor schlechthin ich würde darauf aufwahl abfahren aber verstehen wir ihn auch wenn der hundgeschäft wirkt bist du mit dem super natürlich natürlich als hundebesitzer auch mal wissen 15 dinge die sie über hunde wissen müssen am nächsten mittwoch um 20.15 in sat 1